Um die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails zu verbessern, empfehlen wir Ihnen einen SPF-Eintrag einzurichten. SPF steht für Senders Policy Framework und richtet sich gegen das sogenannte E-Mail-Forging. Diese Technik wenden Spammer an, um die Herkunft Ihrer Spam-Mails zu verschleiern. SPF stellt eine digitale Signatur dar, die Sie als Absender Ihrer E-Mails authentifiziert. Dadurch können Ihre E-Mails als erwünscht zugeordnet werden und landen sicher im Postfach des Empfängers und werden nicht fälschlicherweise in den Spam-Order geschoben. Wenn Sie Ihre Newsletter mit Cleverreach versenden, zeigen Sie mit einem SPF-Eintrag den Empfangs-Servern, das Cleverreach in Ihrem Namen E-Mails versenden darf. Diese Verifizierung führt zu einer höheren Zusterbarkeit und einer besseren Reputation. Und so können Sie einen SPF-Eintrag anlegen. Der SPF-Eintrag wird bei Ihrem Domain-Anbieter angelegt, also dort, wo Sie die Domain gemietet haben, beziehungsweise da, wo Sie die verwalten. Der SPF-Eintrag wird dabei für die Domain angelegt, die Sie auch als Versender-Domain verwenden. Wenn Sie als Absender-Adresse für Ihre E-Mails, also zum Beispiel coni.clever.meinmailingversand.de, verwenden, so legen Sie den SPF-Eintrag für die Domain meinmailingversand.de an. Hinterlegen Sie dazu den eingeblendeten TXT-Record bei Ihrem Provider. Sie finden den Eintrag auch im Cleverreach Help Center. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Je nach Domain-Anbieter kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis der Eintrag vollständig Wirkung zeigt. Ist der SPF-Eintrag dann hinterlegt, wirkt er sich sehr positiv auf die Zusterbarkeit Ihrer Meldings aus. Welche weiteren Maßnahmen Sie für die Verbesserung der Zusterbarkeit ergreifen können, erzählen wir Ihnen in unseren weiterführenden Videos. Das war die Zusterbarkeit ergreifen können, die Zusterbarkeit ergreifen können, die Zusterbarkeit ergreifen können,